ein neuer tag ein neuer booster folge 990 noch zehn folgen dann haben wir die 1000 geknackt ja 1000 tage lang jeden tag ein booster opening und heute geht es los mit topografin aus ewigo das ist auch ein schönes artwerk gefällt mir richtig gut die hätte ich auch gerne in holo dämon vom purpur mond dann haben wir winziger mond des ruhms die letzte gläubige ein wasser zauber stein wiedergänger vom purpur mond regenbogen geist eine rare karte winziger mond der unsterblichkeit unsere holo ist eine super rare heute und zwar mondstaub revolution und sieht auch wieder sehr sehr schön aus hier das artwerk gefällt mir auch richtig gut und die letzte karte ist oh ja super die willen münze mit dem purpur mond ja doch das war der purpur mond oder oder war das was anderes ich bin jetzt auf jeden fall haben wir dieses artwerk auf der rückseite vom booster display und das fand ich total cool sehr nice freue ich mich drüber bedanke mich bei euch fürs zuschauen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns bei euch mit dem